Drei Dinge, die wichtig sind. Wichtig Es ist wichtig, sich über Finanzthemen zu informieren, um kluge Entscheidungen treffen zu können. Es ist wichtig, sich über Finanzthemen zu informieren, um kluge Entscheidungen treffen zu können. Finanzielle Bildung hilft, Sparziele zu erreichen und langfristig Vermögen aufzubauen. Es ist wichtig, in stressigen Zeiten bewusst zu entspannen, um Überlastung zu vermeiden. Es ist wichtig, in stressigen Zeiten bewusst zu entspannen, um Überlastung zu vermeiden. Entspannungstechniken helfen, Stress abzubauen und das Wohlbefinden zu fördern. Es ist wichtig, beim Autofahren immer auf den Verkehr zu achten. Es ist wichtig, beim Autofahren immer auf den Verkehr zu achten. Aufmerksamkeit im Straßenverkehr verhindert Unfälle und sorgt für die Sicherheit aller. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ändlich. Und es ist wichtig, wenn man die ganze Zeit zu verlangen. rough Wonka ist hier ein Weg. Und dann packen Sie sich an einfachen, ich luchte.